Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist der DAX-Analyse für Donnerstag, den 27.10.2022. Wir nähern uns dann dem Oktober-Ende. Und man muss schon sagen, der Oktober hat ordentlich was stehen lassen. Also das haben wir jetzt gut neun Monate nicht mehr im DAX gesehen, dass da mal ein bisschen Movement auch auf der Oberseite zu sehen war. Von daher wird es interessant, wie das beendet wird. Auch interessant wird, wie unser DAX seine aktuelle Aufwärtswelle beendet. Da seht ihr schon so ein bisschen nach Feierabend, Brett rausholen und nach Hause gehen aus. Kann aber auch sein, dass der sich noch nach der letzten schicken Welle ausschau hält oder erkundigt oder wie auch immer. Wir hatten gestern gesagt, hier bla 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 und 13.200 und wichtig und ihr habt es ja alle gehört. Ich brauche euch nicht erzählen, was wir gesagt haben. Er hat es gemacht, hat sich abgestoßen. Vom Rücklauf her muss ich ganz ehrlich sagen. Eine fette grüne Kerze hoch und zwei Runde um die Hälfte der grünen Kerze zu machen, ist eigentlich fast ein Garant, dass er noch hochkommt. Ja, ist sehr, sehr, sehr oft so. Wie immer, bei allem was wir sagen, wir sprechen immer davon, was macht der DAX in solchen Situationen häufig oder üblicherweise. Ich habe keine Glaskugel. Letztens hat auch einer gesagt, hier oder auf dem Kommentar gesagt, Martin, Scheißanalyse, so sinngemäß. Du hast gesagt, unter 12.850 Short, unter 12.800, dann fällt für dich der Markt weiter und dann ist er dort gestiegen und dann hast du gesagt, ja, wir haben Premium-Mail rumgeschickt und ich bin da unten raus, so ungefähr. Ich weiß doch nicht, was kommt. Ich kann nur sagen, okay, in typischen Situationen reagiert der Markt und so und so und das haben wir auch gestern gesagt. Und der 850,800 war für mich der Markt, das war für mich ein Short-Signal, das war für mich ein Verkaufssignal. Ich hätte durchaus erwartet, dass der dann auch weiter fällt. Hat aber nicht. Und das hat er klar und deutlich gezeigt und das ist eben wichtig, dieses klar und deutlich zeigen auch wahrzunehmen. Eben wie diese fette grüne Kerze nach oben und dieses träge nach unten. Und wenn da, wenn der jetzt wieder anfängt nach oben zu konten und hier grüne Kerzen daneben stellt, dann wäre das für mich eben Signal, ähm, zu sagen, okay, die Käufer haben noch Bock. Die haben noch Bock und die haben auch auf die Verkeilung geschissen erstmal und sind ja einfach nach oben rausgestiegen. Sie sind jetzt aber eben oben an dieser Trendkante. Diese Trendkante aus dem Tagesschau, die ist schon wichtig. Dafür, dass sie so wichtig ist, hat er sich aber erstmal ziemlich gechillt gezeigt. Und Donnerstag, wir sind jetzt schon momentan leicht wieder mit einem bullischen Bewegungsverhalten unterwegs. Ähm, das muss man ganz klar so sagen. Das haben wir sehr, sehr, sehr lange die letzten Monate nicht mehr gesehen, aber zunehmend kriegt er wirklich ein bisschen Geschmack langsam. Und da muss man ganz klar sagen, ähm, gab es schon öfters mal Donnerstage, die auch richtig übertrieben haben. Ne, also aus der Vergangenheit kennen wir noch gut Donnerstage, die völlig durch den Chart gesprungen sind. Ne, erst einmal in die Einrichtung völlig übertrieben haben und dann auf der anderen Seite nochmal das Tagesextrem um 200 Punkte überrissen haben. Ne, wo man sich dachte, Alter, was ist denn jetzt hier kaputt? Und dann haben alle irgendwelche Nachrichten gesucht, keiner hat irgendwelche gefunden und am Ende hat sich dann irgendein Analyst wieder hingesetzt und hat gesagt, naja, euer Haushalt gefallen, deswegen ist der Markt gestiegen oder andersrum. Ja, je nachdem, wie man es gerade braucht. Was ich euch sagen will, ist, so aus der Situation heraus hat er die Möglichkeit, über 200 noch rauszuspritzen. Auszuspritzen heißt, 295, 391, das wäre erreichbar. Ja, muss man so sagen, ist erreichbar. Wenn der spritzt und wirklich auf Dynamik geht, Shorts richtig unter Druck bringt und man merkt es ja, die Leute werden langsam richtig, also auch bei uns im Chat wird sich ganz schön gebissen jetzt. Also das war jetzt heute spürbar, das war auch gestern schon spürbar, es schrammen so langsam die ersten aneinander. Ich hatte eigentlich das unten erwartet, aber offenbar liegt der Schmerz ja eher oben. Scheinen offenbar mehr Leute noch Short offen zu haben, wie Long offen zu haben. Ja, also man merkt es langsam, dass Reiberei losgeht. Und das ist aber noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, es eskaliert oder es ist eskaliert und deswegen kann da durchaus noch was kommen. Solltet ihr aber jetzt unten komplett durchziehen und ich sage mal auch so unter 13.000 wieder fallen, dann ein bisschen Vorsicht, denn es ist einfach eine super wichtige Stelle hier an dieser 13.200. Es ist der primäre Abwärtstrend. Dreht er sich natürlich jetzt hier wieder an dem Abwärtstrend nach unten, was wird er machen? Natürlich ein neues Trendtief, ein neues Verlaufstief. Das heißt, wenn der hier richtig Bock kriegt, jetzt Schwäche reinzulegen und wir kriegen Donnerstag einen Tagesschluss unter 13.000, dann wäre das tatsächlich ein Go, ein Short-Signal, um eben unten rauszukommen. Bitte dann trotzdem aufmerksam bleiben, da muss ein Stop-Loss gesetzt werden. Da muss auch ein Abbruchkriterium erstellt werden für eine solche Szenarie. Wenn ich sage, wenn Tagesschluss unter 13.000, dann Short-Vorlage, dann muss der Stop-Loss aber auch hier drüber. Nicht, dass dann eine grüne Tageskerze dahinter kommt und dann rennt er hier noch 1.000 Punkte nach oben und dann sagt man mir, Martin hat hier unten gesagt, Short, seitdem sitze ich hier ohne Stop-Loss drinnen. So eine Scheiße. Also, ganz wichtig, immer unsere Szenarien, die wir sehen, mit Abbruchbedingungen mitsehen, Stop-Loss setzen und so weiter und so fort, damit wir hier mitschwimmen können. Aber so kann ich nur einfach mitgeben, der hat oben noch definitiv Potenzial, auch so wie die Kerzen stehen, definitiv Potenzial. Ziele haben wir besprochen, Rückläufe unten dürften, ja, 13.100, das kann nach oben drehen. Ähm, 13.50 kann auch nochmal nach unten drehen. Drunter wird es ein bisschen kritischer, müsste man sich dann, ähm, innerhalb des Tages einfach ein bisschen genauer die Kerzenfolge angucken. Ähm, wird sich dann aber erstmal Long-Suche zurückstellen, bis eben richtige Kaufkraft zu sehen ist. Nicht, dass er dann anfängt, nach unten abzuhauen Richtung Kanal-Kante. Und das wäre dann bei 12.900. Gut, dann soll es das soweit sein. Wünsche ich, ähm, gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.